Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge Slipper Oh Gott, er macht zwei Videos davon, er wird nur noch das eine machen, ah nein Ne auf jeden Fall, unter der letzten Folge haben ja einige meinte, du warst ja ganz so schlecht Jumel hat beim ersten Mal alles weggereckt und du stirbst die ganze Zeit Und ja, deswegen werden wir uns heute natürlich besser anstellen Ich hab mir vorgenommen, ich mach jetzt eine Runde, in der ich sehr vorsichtig sein werde Also wir werden super spielen und deswegen heilen wir uns auch, letztes Mal hieß mir ja Stein Super Stein sind wir heute, wir sind quasi jetzt in besserer Form Und ja, unser Ziel ist eigentlich nur, ja keine Ahnung Ich denke mal, wir werden, wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, einfach ein bisschen vorsichtiger spielen Also so, dass wir nicht unbedingt alles verlieren Und danach, äh ja, keine Ahnung Ich versuche einfach am Anfang jemanden abzustauben und dann spielen wir recht vorsichtig Und versuchen, das in die Top Ten hochzuarbeiten Warte, es ist gerade ein neuer Server, das sollte hier richtig leicht gehen Die Länge, die Längen sind richtig kurz Oder? Sehe ich das gerade richtig? Das ist meine Chance, auf Platz 1 zu kommen Oh Gott, oh Gott, lege ich Nein, wir spielen hier natürlich die Hardcore-Version Guck, da bin ich schon, Platz 10, ich hab's geschafft Ich bin auf einen neuen Server gekommen Der ist anscheinend gerade neu gestartet Und deswegen haben alle gerade eine kurze Länge Aber das ist gerade echt gut Weil, guck mal, ich bin einfach Platz 8 Ich bin einfach Platz 8 durch, durch was? Ich hab nichts getan Guck mal, wie die rumflitzen Die sind gerade alle richtig aufgeregt und hoffen, irgendwas abzustauben Aber weißt du was? Oh Gott, nee, 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 nee Von so einem kleinen lass ich mir hier gar nichts sagen Da spiele ich auch Der hat ein Herz gemalt, der Ruhe Nein Server? Ist der Server abgestürzt? Ich glaube, der Server ist weg Ich werde gleich an Demol sterben Falls der Server gleich wieder da ist Guck mal, der klitscht da an mir vorbei Bin ich jetzt tot? Guck mal, ich glaube, ich löse mich schon auf Ich glaube, ich bin schon tot Nein, warum? Ist der mich jetzt auf? Oh Gott, nein! Ich löse mich auf! Okay, Leute, das hat nicht ganz wie geplant gerade eben funktioniert, muss ich sagen Vielleicht waren auf dem Server auch nur so viele kleine Würmer Weil der die ganze Zeit abstößt Könnte natürlich auch neu gestartet werden sein Oh, gutes Deutsch Aber vielleicht wird man da die ganze Zeit immer wieder disconnected Vielleicht ist das der Grund für die vielen kleinen Würmer Könnte sein Aber der will mich, der will mich, glaube ich, recken Oh, da ist, da ist was zum Abstauben Sehr schön So, das da hinten haben wir uns halbwegs gesichert Da kommt nämlich gerade kein anderer hin Oh, okay Dann machen wir hier auch einen kleinen Kreis drum Aber jetzt ist natürlich das Risiko, dass der Große mich einkreist Oh, Leute, das läuft ja gerade richtig Wir haben hier wieder ein gutes Startguthaben Ist wieder alles in Ordnung Am Anfang, wie gesagt, spielen wir noch riskant Heißt, hier flitze ich auch einmal durch Sammeln mir das Zeug auf Und jetzt haben wir schon 4.000 Wie viel brauchen wir hier auf dem Server 12.000 für die Top 10 Äh, das da schnappe ich mir einfach mal Okay Und da komme ich natürlich jetzt nicht ran Kann ich nur hier, zack, zu machen Und ein bisschen was mitnehmen Ich frage mich immer, wie sehr sich das Beschleunigen hier lohnt Ich meine, wenn ich jetzt viel beschleunige, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das? Ist das... Oh, oh Das ist, glaube ich, zu riskant Oh Gott Ich lecke aber auch hier Aber ich glaube nicht, dass es gerade eben an mir lag So, K Weißte? Du warst ziemlich frech Naja, eigentlich war ich der Freche Aber du warst ganz schön frech, muss ich sagen Und deswegen umkreisen wir dich jetzt Und wir brauchen auch richtig viel beim Beschleunigen Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll hier gerade ist Er hat auf jeden Fall Angst, der Arme Och nein, K Es tut mir ein bisschen leid Aber du musst gehen Von uns gehen Ja gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ihn zu töten War, war in Ordnung Uh Dafür lohnt es sich eigentlich nicht zu greenen Aber wir machen es trotzdem Und ja, Matthias wird einfach in sich selbst fliehen Uh Die ist auch lang 6.000 Okay, Leute Jetzt sind wir Aber jetzt sind wir vorsichtig Jetzt sind wir vorsichtig, weil wir wollen ja in die Top Ten kommen Ich habe es ja letztes Mal nicht geschafft Obwohl ich es unbedingt wollte Okay, dafür greenen wir jetzt noch Müssen vorsichtig sein, dass uns nichts entgegenkommt Okay, okay 9.000 Sehr schön Naja, das war relativ sicherer Muss ich sagen Das ist da unten nicht Das sind zu viele kleine Die sind mir zu riskant Klein Kann nett sein Aber nicht immer Guckt der zum Beispiel Dem habe ich schon in den Augen gesehen Der wollte mich wieder umbringen So 9.000 Noch 3.000 Und wir haben es geschafft Naja, wahrscheinlich 4.000 Weil die werden in der Zeit auch wahrscheinlich ein bisschen wachsen Äh, wachsen Vor allem wenn ich vorsichtig spiele Dann wachse ich ja nicht so schnell Weil ich will mich jetzt zum Beispiel nicht mit los anlegen Weil das kann ganz schnell nach hinten losgehen Mit dem kleinen Wurm da Will ich auch gar nichts zu tun haben Also mit kleinen Würmern Ne, das geht ja gar nicht So Gratiszeug Das nehme ich auf jeden Fall immer Haben wir jetzt schon Äh 10.000 erreicht Oh, das ist gut Das ist auf jeden Fall gut Das ist Gratiszeug Okay, keine Ahnung Was der da macht Will der mich einkreisen? Könnte durchaus sein Aber dafür ist er nicht lang genug Dafür war der nicht lang genug Um das zu schaffen Äh Ich könnte versuchen Den Destroyer einzusperren Ah, ne Das schaffe ich nicht Das ist zu viel verschwendet Und vor allem Ich will nicht zwischen die beiden Und ich will auch für den bisschen Loot nix riskieren Weil Dann wär's mir jetzt am Ende Nur wie Destroyer ergangen Dann wär ich Destroyed worden Oder der da Da hab ich nämlich draus gelernt Aber den Fehler hab ich früher auch immer gemacht Und wir sind bei 12.000 Heißt Mit dem bisschen Wir sind in der Liste Superstein Platz 10 Wir haben's geschafft Und das Zeug ist uns auch relativ sicher Genau wie der da Und der da drinnen Den können wir auch Relativ sicher Oh, 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 oh Oh Gott, war das knapp Relativ sicher Oh, was ich jetzt hätte machen können Wäre den einsperren Ich hätte ihn gerade eben einsperren können Also ich kann das immer noch Ich kann das immer noch Er kann nicht schnell genug raus Iiiiihihi Auch der Arme Vor allem er hat schon ne staatliche Länge Sirots Und jetzt Sind wir einfach hier und gemein Es tut mir leid Es tut mir leid Wenn ich in der Situation wär Äh, fände ich das überhaupt nicht lustig Aber Wir können uns ja noch weiter hocharbeiten Wir sind immer noch nicht am Ende angelangt Von der maximalen Größe Hier gibt's nämlich gar nicht So, zack Hier ist noch ganz viel Zeug drin Und heute Äh Kommt auch ein neues Projekt Nämlich Slime Rater Wer es cool findet Findet's cool Okay, dann nach oben gehen Lohnt sich nicht Wir sind Platz 4 Hä? Das funktioniert wirklich richtig gut Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein Dann kann man auch Erfolg haben In Sliver IOO Oh nein, der wird mich recken Oh Gott Okay, Leute Wir wollen jetzt aber wirklich vorsichtig sein Weil das will ich nicht wegwerfen Was wir gerade haben Wie viel fehlt uns denn zu Platz 1? 6000 ungefähr Ne, 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 ne Hier Nix Nix da Nicht mit mir Okay Können wir da ein bisschen was abgreifen Oh Gott, war das knapp Da muss ich echt Oh ne Ich will nicht, dass ich schon wieder vom Server fliege Sind die heute instabil? Sind die heute instabil? Oh 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 Gott Oh Gott Ist man langsam Also man dreht sich richtig langsam Oh, dann liegt das an dem Leck Liegt das an dem Leck Oh, okay Platz 2 Platz 2 Wir müssen nur einmal kurz Wir sind Platz 1 Superstein hat's geschafft Superstein ist Platz 1 Ja Endlich Endlich habe ich's geschafft Okay, ich glaube, die lecken alle ein bisschen Okay Und jetzt auch mit Abstand Naja Mit so großem Abstand nicht Aber immerhin mit ein bisschen Okay Vielleicht mag der mich auch einfach Und rammt mich deswegen Vielleicht bin ich sympathisch Mit meinen Regenbogenfarben Könnt ja sein Hallo Adam Bist du dat Adam Ich meine natürlich Adam Tut mir leid Für die deutsche Aussprache So Und ich glaube Adam Will sich mit mir anlegen Sehe ich das gerade richtig Oder warum kommt er in meine Richtung Weißt du Adam? Hier ist zu Hier kommst du nicht durch Mich verfolgst du nicht Er guckt, er macht das trotzdem Ich glaube Adam ist So ein kleiner Das mache ich ja auch immer Wenn ich klein bin Ich hänge mich einfach An den großen ran Und bleib bei dem Lustknabe Wird mir langsam gefährlich Lustknabe Müsste ich eliminieren Aber wenn ich klein bin Dann bleib ich auch immer So im großen Und hoffe einfach Dass er stirbt Oder ein anderer groß Aber wenn große Gegeneinander kämpfen Dann stirbt ja Immer jeweils einer Mit einer sehr Hohen Wahrscheinlichkeit Okay, wisst ihr was? Wir sind jetzt so groß Wir können jetzt einen Prank machen So Wir haben nämlich jetzt Glaub ich drei Stück Oder so eingesperrt Weil wir jetzt so groß sind Und die Möglichkeiten haben Ist natürlich Ein bisschen gefährlich Muss ich aufpassen Dass ich hier nirgends gegenkomme Aber Guck Der macht die Taktik Dass er jetzt einfach An mir ranbleibt Aber ich bin so lang Dass ich einfach Die Richtung wechseln kann Ist kein Problem Für mich Wenn er Wenn er das macht So Also im Prinzip Er kann es Der Orange Will pro mich einkesseln Sehe ich das gerade richtig? Oh, ich habe aufgemacht Nein, ich bin tot Ich bin Ich war Platz 1 Leute Ich war immerhin Platz 1 Und wer auch immer Mich getötet hat Wird jetzt super groß Warte, wir können ja schauen Oh Oder ich werde auch einfach Und wieder super groß Hallo Nein Ja Hä Da wird mir aber jemand entgegenkommen Oh ne, es leckt wieder Oh, den habe ich auch Oh Gott Was ist denn das jetzt Was ist denn das jetzt gerade Lecken alle Oh Welche Länge habe ich 3000 Okay, war doch nicht so viel Kam mir irgendwie mehr vor Aber trotzdem Krass So schnell wieder ins Game gekommen Unglaublich Unfassbar So, und den kreisen wir ein Naja, du köstst nämlich jetzt mir Mach mir einfach wieder dasselbe Während ich von einem anderen eingekreist werde Das glaube ich keine gute Idee Aber immerhin eine Besser eine Idee Als keine Idee So Okay, und den Wo haben wir jetzt eigentlich Mehr oder weniger Oh Gott Die Techs sind aber echt nicht feierlich Muss ich sagen Okay, der Der größere Umkreist mich gerade Aber ich muss jetzt den Glaube ich Oder tut er das? Umkreist er mich Oder was anderes? Der umkreist mich Oh, den Prank ich einfach Alter, so ein Prankspiel Aber jetzt Jetzt hier Das aufzusammeln Ist richtig dumm Das ist echt richtig dumm Weil ich hier von irgendwie Tausenden von Sachen Umkreist werde Armageddon Ist vor allem auch Richtig gefährlich Oh ne Alles Alles kein Problem Alles kein Problem Vielleicht machen wir es doch noch mal Ein zweites Mal In die Top Ten Weil wir haben hier gerade Echt viel Sachen rum Die hängen Oh Ich wollte schon sagen Das ist aber sehr mutig Was er da gemacht hat So Okay Wir sind echt Haben echt viel Nur noch ein bisschen Und wir sind wieder in der Top Ten Heute läuft es ja richtig Das ist aber schön Okay Der hat schnell genug reagiert Schade Aber heute bin ich auch Auch die Prankweise unterwegs Hallo Ist hier irgendwo noch Gratis-Loot? Ich halte halt immer Ausschau Oh 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 Ne, 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 ne Wenn es leckt Dann mache ich nichts Riskantes Ich schaue hier halt 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 immer Ausschau Nach dem Gratis-Loot Ist die Sache Okay, den Loot kann ich nicht aussammeln Hallo Hero Okay, den kriege ich aber Und das da kriege ich auch Nein Oh mein Gott Wie konnte ich da nicht sterben? Frage ich mich gerade Wie konnte ich da nicht sterben? Das war eigentlich Mein Fehler Und wir sind Platz 9 Puh Huiuiui Alles sehr knapp Oh, okay Und dann würde ich sagen Legen wir uns jetzt einfach gleich mit dem Größten an Wenn wir sehen Wir können ja mal auf die Minimap schielen Ob wir da irgendwas sehen Riskieren das nochmal Und dann war es das auch für heute Wenn wir jetzt sterben, Leute Das ist es ja Superstein Platz 8 Super im Namen macht es einfach Seitdem läuft es viel besser Liegt nicht an der veränderter Spielweise Nein, nein Jetzt bin ich aber mal Wie viel bringt so ein kleiner Okay Ich sage, das ist wieder die Sache Ich greed hier nach Greed So viel zu essen Lecker Nomnom Hier ein bisschen Dann sind wir schon wieder Platz 7 Oh, Lolli ist Platz 6 Den müssen wir auch noch überholen So, sammeln wir das auf Ist da oben auch Ist da oben auch Sehr schön Superstein Platz 7 Lolli ist mittlerweile Platz 5 Der levelt uns davon Das ist halt die Frage Die Minimap Das ist immer ganz schön Um die Sachen zu sehen Wenn so ein riesengroßer Wurm ist Dann erkennt man den auch Oh, das da ist Das ist Ist das Hitler.io Ach man Der Name ist ziemlich bescheuert Aber der heißt so Guckt auf Platz 4 Warum ist der so groß? Ich glaube, der müssen wir stürzen Hitler.io Ne, das ist nicht Hitler.io Das ist No, it's Patrick Aber Hitler.io Würde ich gerne töten Ist das dann da rechts? Was ist das da unten? Steht kein Name dran Oh, den habe ich Ah, ich bin nicht schnell genug Der ist zu lang Den kann ich nicht einkesseln Irgendwie die Schlangen müssen immer so So kleine Linien fahren Damit man die einkesseln kann Sonst wird das meistens nix Oh oh Ich glaube, ich bin in dem drin, oder? Ich glaube, ich habe mich jetzt gefangen Ah, ich bin komm aber nochmal Muss ich nur aufpassen Dass der mich nicht ganz umkreist Aber kann er glaube ich nicht Oh Gott, ist hier gerade viel Ey, ich bin tot Ne, 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 ne Aber, aber, Dings Der Blaue Der Blaue kriegt mich So wie es gerade aussieht Der kriegt alle hier Oder? Ne, er ist nicht außen rum gegangen Der hätte versuchen können Alle zu bekommen Ich weiß nicht, ob er lang genug ist Ne, er ist nicht lang genug Aber er hätte es versuchen können Immerhin Platz 4 Sehr schön Irgendwie bringt sich die gerade Gegenseitig um Und deswegen steige ich auf Kann das sein? Puffy Oh oh Puffy reckt mich gleich Ne, ich habe Puffy gefangen Manu, ich habe Puffy gefunden Okay, der will mich recken Ah, ich habe mich recken lassen Ist ja klar Ja gut, Leute Dann war es das für heute Ja, das war Ja Sliver.io Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss